Ich glaub zumindest wenn ich an den Schafen nicht vorbeikomme, das sah eigentlich vorhin so aus, als ob ich nicht an den Schafen vorbeikommen würde. Oder? Wenn ihr was anderes sagt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt es mir in die Kommentare, da runter. Da unten rein. Da sind die Kommentare. Unter diesem Video. Da unten. Und gebt mir einen Daumen nach oben. Was könnt ich denn mal machen? Hier einen Daumen nach oben und in die Kommentare schreiben. So, dann setz ich mal hin da. Dann willst du bestimmt da erstmal wieder hinsetzen. Das Wetter wird auch schlechter. Aber es wird dunkel. Sieht nicht besonders glücklich aus, der Mann. Ja, der hat das Segeln vermisst. Der hat überall Segelschiffe und so. Er plant Routen. Klar, der war Segler. Oder beziehungsweise auf dem Meer. Wollte halt wieder los, wahrscheinlich. Oder beziehungsweise auf dem Meer. Nee, ich denke mal, keine Bremssch. Aber ich lasse Bremssch. Seit 4 Jahren. 밤 7 Uhr. Nach 6 Uhr. Es ist, wie leichter. Die Bremssch. Baby. Die Bremssch. Die Bremssch. Die Bremssch. Die Bremssch. Bis zum nächsten Mal. So, genau, da rüber, dann muss ich andere hoch machen und dann kommen wir auf den hohen, den hohen, den runter, den nicht immer nur, so. So, muss das klappen. Es wird auch gruseliger, also es wird ein bisschen dunkler, so Regen, die Bäume werden ein bisschen unschöner, globen, globen, wir nähern uns mit einem tragischen, einer tragischen Geschichte. Ich hoffe, das endet nicht tragisch. Der arme Mann, tut mir jetzt schon leid. Ich hoffe, das war's. Ich hoffe, das war richtig. Ich guck mal nochmal zurück. Ja, ich dachte es mir schon, irgendwas mit dem Ding machen muss. Hopp. Hopp. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, sie ist damit nicht so einverstanden gewesen, dass er jetzt hier wieder irgendwelche Weltreisen unternehmen möchte. Ich glaube, sie ist nicht so einverstanden gewesen, dass er nicht so einverstanden ist, dass er nicht so einverstanden ist. Ich glaube, sie sind nicht so einverstanden gewesen. Und dann machen wir den hier und den Humo hoch, genau und zack und tschüss, gut. Dann können wir ja hier oben, ne, ne, warte, wir müssen das mal hier, genau, so, hopp. Hm, ne. Okay, eher so, ne, so ein bisschen mit Schwung, Schmackes, genau, ein bisschen mit Schmackes. Dann gehen wir mal, 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 da. Dann gehen wir mal, das Ding hier, würde ich mal ein bisschen runter. So, alles klar, hopp. Mann, der Regen hört auch nicht auf, ey, das wird immer schlimmer, Leute. Der arme Mann. So. Ja, da habe ich den schon mal direkt kaputt gemacht. Das ist schon mal eine Sache, die funktioniert hat. So, vielleicht. Ah ja, okay. Alles klar. So. Ja, dann wieder rüber, weiter, wahr? Auch zur Mühle. Zu der alten, zu der alten Windmühle. Windmühle nennt man das im Fachstabon. Diese Dinger mit den Flügeln. So. Oh Gott, ey. Der arme Mann. Da liegt mal ein Regenschirm dabei. Ich mach ihm ein bisschen Feuer. Oh Gott. Ich verzweifle dir richtig. Der schenkt nicht so gut gelaufen zu sein, in seiner Weltreise. Ja, ich hab's geahnt. Er verlässt seine Kinder. Seine Kinder und seine Frau. Um auf Weltreise zu gehen. Uh. Nicht so gut. Nicht so gut. Das war sein Fehler wahrscheinlich. Den bereut er jetzt. Müssen hin. Habe ich das zwar nicht verstanden mit der Mühle, aber okay. Nicht schon wieder diese Schafe. Oh. So. Was kann's denn aus? Das kann ich nicht machen. Ich bin uncle von uns. Ja, ich halte mich nicht verstanden. Aber ichindeuige, dass sie diese Gewinne haben. Ja, ich mache das ganz schnell. Ich habe mich nicht verstanden. Ich habe das gemeint, aber mich nicht verstanden. Ich habe das geschätzt. Komm jetzt mal. Ich könnte versuchen mit den Schafen zu kommen. Ah, ja, okay, alles klar. Gut, okay. Jo, so. So, funktioniert's. So hat das mit den Schafen funktioniert und den Klippen. Noch mehr Schafe. Toll. Klasse.